Leise rieselt der Schnee, O Tannebaum, O Tannebaum, O Komet, ihr hört da... Tobi! Hallo, Eke! Na, Tobi! Bald ist Weihnachten! Ja, ein bisschen Zeit ist schon noch, würde ich sagen, oder? Ah, nix da! Ich hab die ersten Geschenke schon im August gekauft! Respekt! Wundervolle und extravagante Geschenke der ganz besonderen Abend! Toll! Na, Tobi, erzähl! Was hast du denn extravagantes für deine Frau zu Weihnachten gekauft? Also, ich hab mir überlegt, ich werde sie definitiv ausführen! Oh, wie romantisch! Wohin denn? Insgesamt viermal hab ich mir überlegt! Boah, vier Veranstaltungen! Boah, du bist ja ein krasser Ehemann! Aber, aber doch nicht zum Kerzenziehen! Nein, nicht zum Kerzenziehen, aber zum Beispiel zum Cosmokonzert im Neuraum und die Woche drauf zum Music Special, auch im Neuraum! Echt? Cool! Ja! Und, und beim dritten und vierten Date? Ja, beim dritten ist ein ganz kreativer Gottesdienst, wo ich sie mitnehme, und zwar gibt's da Theater, da gibt's Tanz, da gibt's Video und zwei Personen, die ich persönlich kenne, erzählen ihre Lebensgeschichte und ich darf sie auch noch interviewen! Boah, krass! Ja! Ja, und dann beim vierten Mal? Da ist ja schon Weihnachten, 24.12, da geh ich mit Bene und mit meiner Frau gemeinsam in einen Familiengottesdienst und da gibt es Punchy Hello als Theaterstück! Ah, da bin ich auch dabei! Ja, ich werd auf der Bühne stehen und moderieren! Ja, ganz genau! Tobi! Ja? Jetzt hast du aber mit der ganzen Werbung vom Thema abgelenkt! Findest du? Ja, es ging um ein Geschenk! Was schenkst du denn jetzt deiner Frau? Hm, keine Ahnung. Hast du vielleicht eine Idee für mich? Hm... Ja, das Ganze ist schon ein Geschenk! Ja, das war heute schon 2, 3.12, da war das alles! Vielen Dank.